Die Anmeldung für die Rohmahlfahrt ist nun vorüber und wir haben über 2000 Teilnehmer mit dabei. Wir haben ein paar Gruppen besucht, um mal zu schauen, wie sie sich auf die Rohmahlfahrt vorbereiten und ihr Taschengeld aufbessern. Wir haben jetzt heute zum Beispiel das Frühstück. Wir haben zum Beispiel ein Pastaessen geplant, passt ja auch ganz gut zu Italien, zu Rom. Wir machen dieses Jahr auch wieder bei den Fahrfesten die Aktion, dass wir Postkarten verkaufen, sodass wir dann den Leuten, die eine Postkarte kaufen, die Postkarte zuschicken. Wir fangen heute an mit Osterkerzen basteln. Wir stehen hier gerade bei mir im Garten und zwar machen wir das Ganze im Rahmen unserer Rent-in-Mini-Aktion. Das heißt so viel wie mieten sie sich einen Ministranten, wir machen Hilfe für den Alltag und bei jedem Wetter, wie man hier gerade sieht. Wir stehen im Regen und machen einfach trotzdem weiter. Wir graben hier gerade Beete um, streichen den Zaun und machen auch sonst eigentlich alles, von Autos polieren über Einkäufe. Wir haben auch schon Telefone eingerichtet und alles Mögliche. Bücher sortieren. Wir sortieren Bücher für einen guten Zweck. Ja, ich wasche und Auto waschen, Fenster putzen. Das ist alles Mögliche dabei. Also von A bis Z kann man alles machen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020